Die Pilgerin ist ein zweiteiliger deutscher Fernsehfilm, der am 5. und 6. Januar 2014 im 2. Deutschen Fernsehen gesendet wurde. Produziert hat ihn Benjamin Benedikt, Regie führte Philipp Kadelbach. Als Tochter eines Kaufmanns führt die junge Tilla Willinger Ende des 14. Jahrhunderts in der Nähe von Ulm ein gutes Leben. Das ändert sich, als Tillas todkranker Vater Eckhardt sein Geschäft ihrem Verlobten Damian, dem Sohn des Bürgermeisters Lauchs, vermachen will. Um dies zu verhindern und selbst Nachfolger seines Vaters zu werden, bringt Tillas Bruder Ottfried den kranken Eckhardt heimlich um und lässt dessen Testament verschwinden. Ottfried löst Tillas Verlobung mit Damian und zwingt sie zur Heirat mit dem durchtriebenen Geschäftsmann Veit Gürtler, der aber in der Hochzeitsnacht an einem Herzinfarkt stirbt. Da Tillas Bruder die Bitte des Vaters ignoriert, dessen Herz nach Santiago de Compostela zu bringen, schneidet Tillas selbst das Herz aus dem Leichnam des Vaters und macht sich allein auf den gefährlichen Weg. Um sich einer Pilgergruppe anschließen zu können, verkleidet sie sich als junger Mann. Nicht ahnend, dass Tillas ein Dokument mit sich führt, das ihren nach Macht strebenden Bruder Ottfried des Hochverrats überführt, wird sie auf ihrer Reise im Auftrag ihres Bruders von Veit Gürtlers unehelichem Sohn Rigoberth verfolgt, der zudem Erfrache für seinen angeblich ermordeten Vater sind. Zu ihrem Schutz reist ihr ebenso der jüngste Sohn des Bürgermeisters, Sebastian Lauchs, nach und schließt sich der Pilgergruppe an. Nach einem Überfall auf die Pilgertruppe werden Tillas und Sebastian in Frankreich gefangen genommen. Bei der Flucht geht das einbalsamierte Herz von Tillas Vater verloren und gerät auf Umwegen in Rigoberts Hände. Dieser fordert von Tillas im Austausch für das Herz das ihren Bruder belastende Dokument. Tillas übergibt das versiegelte Dokument, ohne zu wissen, dass Sebastian es zuvor gegen ein wertloses Schriftstück ausgetauscht hatte. Als Rigoberth eben jenes an Ottfried Willinger übergibt, lässt dieser ihn aus Wut verhaften. Tillas erreicht schließlich mit Sebastian Santiago de Compostela und kann das Herz ihres Vaters begraben. Inzwischen hat Ottfried Damian getötet und dessen Vater, den Bürgermeister, durch eine Intrige verhaften lassen, um selbst Bürgermeister zu werden. Als Tillas mit dem echten Schriftstück nach Hause zurückkehrt, kann sie den eingekerkerten Bürgermeister befreien. Ottfried wird des Hochverrats beschuldigt und stirbt auf dem Marktplatz durch das Schwert des freigelassenen Rigoberth. Der Film erreichte an beiden Ausstrahlungstagen gute Quoten und für das ZDF einen Marktanteil von jeweils deutlich über 15 Prozent. Punkt 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 Der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Philipp Kadelbach in den Burg, Unsere Mütter, Unsere Väter, inszenierte nach dem Bestseller von Inni Lorenz die Wanderhure, diesen gut gemachten Historien-Zweiteiler. Die aufwendige, sechs Millionen teure Produktion entwirft dabei ein authentisches, atmosphärisch dichtes Bild des Mittelalters. Aus der prominenten Besetzung ragt Josephine Preuß in der Rolle der Titelheldin heraus. Punkt 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 Regisseur Philipp Kadelbach Unsere Mütter, Unsere Väter, inszeniert das späte Mittelalter als eine von Armut und Schmutz geprägte Epoche. Und treibt der schlichten Buchvorlage mit Schmackes die Klischees aus. Wieder einmal versucht sich das Fernsehen am Mittelalter als einem finsteren Fackelflicker Wunderland voller Bösartigkeit und Intrigen. Den Stoff spannt das ZDF auf die Zweiteiler-Streckbank, Punkt Punkt Punkt, dass all das trotzdem gut anzuschauen ist, bleibt dem öffentlich-rechtlichen Schauspielerteam zu verdanken, dass das ZDF auf Zeitreise ins Mittelalter geschickt hat. Punkt Punkt Punkt, viel schlimmer als der Zweiteiler selbst, Punkt Punkt Punkt, ist, dass man seine Berechenbarkeit bereits beim Zustandekommen erahnen kann. Da erinnert es an besseres Schülertheater, wenn ein famoser Schauspieler wie Volker Bruch im Dunst der Nebelmaschine den irre gewordenen Vater-Mörder mimt. Da muss Josefine Preuß bei tropischen Temperaturen zwei Stunden lang dasselbe Entsetzen über den Tod ihres Vaters zum Ausdruck bringen, und doch klingt die Szene eher nach Telesop als Fernsehevent. Da kann selbst das detailverliebte Szenenbild von Kadelbachs Szenenbildner Thomas Stammer, dessen Requisiten bereits das dramaturgische Fiasko der Hindenburg bei RTL erträglich machte, nicht über den inhaltlichen Müll hinwegtäuschen, der darin entsteht. Punkt 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 Punkt